Hey, ihr kleinen geilen Fratz, und willkommen zu einer neuen Runde Miene-Kraft-Europi-Wu-Wi. Ihr seht es vielleicht schon, das Interface hat sich schon wieder geändert, ich habe die Größe nochmal angepasst. Ich habe nämlich... Äh, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, ihr wart doch gleich mit. So, ich gebe gut zu dir. Hier kann man ja Sachen einstellen, einmal klein, normal, groß und automatisch. Und automatisch würde normalerweise so aussehen, und groß so. Und ich habe es hinbekommen, etwas in der Miene-Kraft-Datei umzuschreiben, um zu hacken. Und da einfach eine 4, anstatt eine 0 einzutragen, und deswegen sieht das jetzt so aus. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Denn das andere war ein bisschen zu groß, und das andere ein bisschen zu klein. Finde ich. Ja. War da gerade oben einer? Hallo? Ach, da... Hä? Ach, guck mal, da oben. Hey! Ich komm mal her. Ich komme zu ruhig. Zack. Oh, nicht zwei. Ach, Manuel. Hallo, na, wie geht's euch? Alles toll bei euch? Hier, guck mal, da ist ein Kriegbau. Ja, toll. Schnell! Jeder geht zum Kriegbau. Ja, schön. So, du geh schon mal runter. Alter. Nein! Oh Gott! Oh Gott, ich muss... Warum, warum schlagen die sich? So, kleinen Moment. Mal eben hier alles auswählen, und dann komme ich zu euch. Ist doch geiler. Hä! Komm! Oh, ja, der hat Schaden bekommen, und die sind... Ich glaub, die haben beide richtig viel Schaden. Genau, jetzt geht er auf mich. Junge, der hat wenig Leben, oder nicht? Oder bist du fast tot? Ich würde jetzt eher sagen, dass der viel Leben verloren hat. Und... Er ist tot. Nice. Ja, gut. Perfekt eingeschätzt. Wow, man, y'all. Okay, wow. Der Dom hat einen Trank geschluckt, aber ist immer noch das größte Opfer, y'all. Deswegen gehe ich jetzt mal auf den. Hallo! Ja! Oh, Mann! Guten Tag! Zack! Da habe ich dich erwischt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. P.V.P. Action in einen Guckrein. Das ist geil. Oh, nein. Ich lauf weg. Er greift mich an. Komm. Oh, ist er... Wow, der rett mir echt hinterher. Krass. Oh. Der traut sich was. Und? Ja, er ist tot. Er ist tot. Ich habe es geschafft. Hallo, na? Komm mal zu dir. Ey! Komm doch her. Ja, ich kann dich von hier aus treffen und er mich nicht, hä? Der hat mich jetzt gerade getroffen. Das sah ein bisschen komisch aus. Na, was soll's? Da hinten lebt noch einer. Gehe ich mal auf den. Ah! Hä? Was war das denn für nek? Oh, nein. Komm. Und? Alter, hast du ne Range? Was? Nein! Oh, nein! Nein! Okay, mir geht's gut. Alles. Oh, nein, mir geht's... Oh, doch, mir geht's gut. Ich dachte schon, ich wäre tot. Komm, bitte her. Komm, bitte. Ist sonst da was? Äh. Ja, richtig viele Enderperlen. Geil. Komm her. Komm. Du. Hä? Was macht ihr denn bitte? Ihr wollt jetzt nicht wirklich Team, oder? Ihr wollt jetzt nicht wirklich Team. Oder? Nee. Ich glaube, das war gerade einfach nur so aus Nettigkeit. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Vor allem, warum die jetzt alle auf mich gehen, verstehe ich einfach nicht. Hallo? Sag mal, bin ich hier bei einem Dreierteam gelandet, oder war das jetzt... Ah, geht doch. Das war einfach Zufall. Sag mal, alles Zufall. Hä? Komm, flieg einfach... Oh, nein, er kommt. Er greift mich an. Oh, nein. Hä? Die fliegen auch echt... Also, die fliegen schon weit, aber für mich nicht weit genug. Warum mussten wir die Plattform so breit bauen? Das finde ich nicht gut. Oh, nein. Geht weg. So, jetzt verstehe ich mich hier. Sag mal, kurz den Typen da hinten. Hallo? Ja. Wie ich ihn runtergelockt habe. Wow. Eins kommt auf jeden Fall noch an. Da hätte ich schon viel Pech haben müssen, dass das nicht auch kommt. Was macht ihr denn? Komm. Boah, der ne Range, ey. Der ist krass. Der Typ, der ist echt... Hey. Hab dich geprennt. Und ich auch. Der hat's dafür überlebt. Alter, Leute, was geht denn ab bei euch? Oh, ich sollte mal was essen. Ups. Hey. Hörst mich bitte nur in allem. Ey, Mann. Deswegen bin ich gerne in der Arena. In der Arena kann man die Leute auf so viele Arten töten. Das ist wunderschön. Ey, ich fühle mich schon ein bisschen hart gefokust gerade. Geht's aber gut. Wie hat den einfach ignoriert? Äh, das ist doch echt nicht normal, oder? Äh. Hallo. Ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, was die da machen. Oh, ich hab ihn gekillt. Ja. Tut mir leid. Guck mal. Sekunde mal. Äh, ja, kann ich mal... Oh, nein. Oh, Gott. Ich wollte doch schreiben. Okay. Könntet... Könntet ihr aufhören zu teamen? Das wäre echt nett. Das wäre echt toll, wenn ihr aufhören könntet. Als ob so. Alter, was... Habt ihr geraucht, Leute? Ach, genau. Da darf kaum rumstehen können, ne? Aber... Oh, Gott. Ich hab mich... Voller Schocken. Hä? Den hat ein Knockback an, oder was? Ah, ja. Nice. Okay. Ich weiß schon, wer bald gebannt wird. Ja, das ist auf jeden Fall Teaming. Das ist auf jeden Fall Teaming. Jetzt kriegt er noch die Items. Der hatte wahrscheinlich nur ein Disconnect. War kein Hacker. Oh. Ach, du hast doch eh keine Chance gegen mich, Alter. Ich werde dich jetzt wegrecken. Easy. Oh. Okay. Okay. Was macht ihr denn? Mir geht's gut. Kannst du vergessen. Mir geht's einfach wunderbar. Hey. Nein. Oh, shit. Okay. Mir geht's aber noch... Noch tippitoppi. Alter Falter war das knapp. Okay. Ich soll auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen. Sag mal. Was macht der andere denn? Was geht denn mit ihm ab? Konzentriert er sich jetzt nur noch auf den Creeper oder was? Ah, Moment. Ein bisschen Abstand suchen. Äh, so. Ey, ich hab mal ganz kurz was umgestellt. Na komm. Du kannst auch mal wieder spielen, ja? Du kannst doch auch mal wieder spielen. Das wär nett. Ja, also irgendwie... Weiß ich nicht. Das schon fast Team nennen hier. Aber was die Leute machen... Die können ja nicht davon ausgehen, dass ich 100% der Zeit wenig Leben habe. Was macht der denn auch? Ich versteh diese Runde einfach nicht. Gut, ich geh in die Arena. Wie se... Ja, guckt euch das an. Oder... Ja, weiß ich nicht. Also, es könnte halt so aussehen, weil sie so... Weil sie denken, ja, der hat wenig Leben. Geh ich mal auf den. Aber das ist dann die halbe Runde. Weiß er nicht. Oh ja, das war effektiv. Und der Typ da oben gammelt natürlich wieder ab. Finde ich nice. Willst du nicht mal runterkommen? Hä? Hm? Magst du nicht mal runterkommen vielleicht? Und er ist drin. Nice. Nice. Oh, oh. Er ist tot. Er, er ist tot. Na, komm her. Komm doch her. Na los. Komm her. Oh, komm, die stapeln. Nice. Und? Oh, nein. Ja, danke. Hä? Hä? Bist du jetzt... Oh, okay. Ja, nice. Gut. Okay. Kann man auch mal machen. Hä? Hä? Komm, eins und eins. Timoli Lobby 2. Nee? Nein? So, meine Fans. Da will ich mal sagen, was, dass wir mit der einzigartigen Runde von Minekraft Aura PvP Hon. Mitiza would ich love it? Oh, das war�ist. Oh. Oh. Oh.